Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategitiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Freitag, den 1. Juni um 10.10 Uhr. Es gibt positive Nachrichten zu vermelden, das möchte ich an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen, denn wir erleben sehr häufig nicht nur bei privaten Anlegern, sondern auch bei Institutionellen, auch insbesondere bei der Presse, dass Kurse Nachrichten machen und die Stimmung immer weiter eingetrübt wird, weil die Kurse nachgeben, die Kurse geben aber in erster Linie deshalb ab, weil viel Angst am Markt herrscht, viel Zurückhaltung, niemand will etwas falsch machen, niemand will Risiko eingehen, aber die Umfeldfaktoren, ich hatte es an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, die sind eigentlich sehr gut und nicht nur eigentlich sehr gut, sie sind sehr gut. Wir haben sehr gute Exporte in Deutschland, wir haben ein sehr gutes Wirtschaftswachstum. Gestern hatte ich berichtet von einer Konsumlust in Deutschland und von dem sehr guten Bruttoinlandsprodukt in der Schweiz. Diese Reihe lässt sich fortsetzen, allerdings gab es natürlich gestern auch einige Dämpfer. Wenn wir nur mal an den Einkaufsmanagerindex denken, der hat mich schon sehr enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen, einer der wenigen wirklich enttäuschenden Merkmale. Wir hatten mit einem Wert von vielleicht 57, 58 gerechnet, das war dann wesentlich weniger. Aber es gibt heute, wie gesagt, einige sehr positive Nachrichten zu vermelden. An allererster Stelle die deutschen Exporte, die sind um 5,8% gestiegen, auf 276 Millionen, die Importe um 4,7, auf 230 Millionen. Und dabei ist zu beachten, dass man sich insbesondere in den Schwellenländern sehr gut positioniert und sehr gut verkauft hat. Wenn wir nun mal die EU-Staaten nehmen, da war der Anstieg nur 2,2% und in der Eurozone sogar nur 0,9%. Bei den Peripheriestaaten um das Mittelmeer herum haben wir sogar stärkere Rückläufe gesehen. Dafür in Ländern wie China, Indien deutlich größere Steigerungsrat mit über 5%, 7%, 9%. Also der deutsche Export hat sich auf die Lage eingerichtet, exportiert weniger in die Krisenregionen und dafür umso mehr in die Schwellenländer. Das ist ein gutes Zeichen und wir gehen davon aus, dass das der deutschen Industrie und den Gewinnen der Unternehmen dann auch tatsächlich gut tun wird. Zweite sehr gute Nachricht kommt aus Japan. Das werden wir im neuen Frankfurter Börsenbrief auch nochmal etwas prominenter kommentieren. Die Autoverkäufe sind dort den neunten Monat in Folge gestiegen zum Vorjahr, was natürlich am Basiseffekt liegt, gleich um 66% auf 246.000 Stück und allerdings etwas weniger als im Vormonat die Steigerungsrate und auch die Unternehmensinvestitionen liegen um 3,3% nach oben. Das möchte ich an dieser Stelle mal ausdrücklich hervorheben. Wie gesagt, Kurse machen Nachrichten und lassen sich nicht von dieser negativen Stimmung am Kapitalmarkt ihre Meinung, ihre Einschätzung zum volkswirtschaftlichen Geschehen verhageln. Das sieht nach wie vor sehr gut aus, sowohl in Deutschland wie auch in Japan und mit einigen Abstrichen auch in den USA. Für meine Begriffe sind die USA in der Erholung von der Rezession immer noch am weitesten. Die Einkaufsmanagerindizes sehen in Asien und Gesamteuropa längst nicht so gut aus wie in den USA. Ansonsten was Unternehmensberichte angeht, kann ich es an dieser Stelle kurz machen heute und Sie nicht länger mit zu großen Details nerven. BMW finde ich sehr interessant. Sie haben gesagt, dass der europäische Automarkt im Moment stagniert. Sie gehen davon aus, dass man im Jahr 2012 keinen besonderen Zuwächse mehr zu erwarten hat. Wir sind grundsätzlich noch optimistisch für die Automobilindustrie, aber auch VW scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Hier steht wohl ein umfangreicher Wechsel in der Führung bevor. Auch beim Personal sieht sich SAP auf den Pfaden, wie ich es eben beschrieben habe, dass man sich stärker internationalisiert auf die Wachstumsmärkte. Man möchte das Personal in Brasilien verdoppeln und geht hier auch ebenfalls relativ innovative Wege. Deutsche Bank, gestern Hauptversammlung, 75 Cent Dividende, aber heute über 2 Euro im Minus. Dabei hat man heute ein interessantes Kreditportfolio für über 900 Millionen Dollar gekauft, 911 Millionen von Capmark. Dieses Immobilienportfolio kann ich persönlich nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, welche tatsächlich Nominalwerte dahinter stehen und deswegen eine Einschätzung schwierig, aber vom Grundsatz ist es richtig, sich hier in diesem Bereich zu engagieren. Interessante Nachrichten gibt es zudem noch von BP. Die überlegen, das Joint Venture mit TNK in Russland, also diese Ölpferdergesellschaft, aufzukündigen bzw. ihren Anteil zu verkaufen. Da ist natürlich die Frage, woher dann die Dividenden kommen und woher dann das Öl kommen soll. Aber für meine Begriffe ist das sowieso ein sehr unsicheres Investment, denn hier gab es in der Vergangenheit ja schon des Öfteren Querschüsse. Wenn sich BP nicht nach den Vorgaben der russischen Regierung gerichtet hat, dann hat man versucht sie zu erpressen mit Umweltrichtlinien und ähnlichem. Für meine Begriffe ist es besser, sich aus so einem Markt dann zurückzuziehen. Noch ein kurzes Wort zum Gesamtmarkt. DAX im Moment im Bereich 6.225. Bei 6.200 verläuft ja die 200-Tage-Linie. In der Vergangenheit war es schon des Öfteren so, in ähnlichen vergleichbaren Marktsituationen, dass so eine Marke dann nach unten durchbrochen wurde, eine 200-Tage-Linie und die letzten Bullen herausgeschüttelt hat und dann nach oben gezogen ist. Kann ich im Moment nicht einschätzen, ob das wieder so ist. Für meine Begriffe ist der Markt ja schon ohnehin so überverkauft, dass wir in dieser Woche eine stärkere Gegenreaktion hätten sehen müssen. Also insofern muss man, darf man augenblicklich nicht so viel auf die Standards geben und auf die Weisheiten, die sich in den letzten Jahren angesammelt haben, wie es in vergleichbaren technischen Situationen verlaufen ist. Das heißt, die eigentlich überfällige Reaktion nach oben ist ausgeblieben. Das muss natürlich nachdenklich stimmen, das muss natürlich vorsichtig machen und deswegen engagieren Sie sich bitte in den Trends, die ganz klar laufen, die sehr einsichtig sind. Öl-Short, wir werden in dieser Woche eine neue Öl-Spekulation, Short-Spekulation anstoßen. Unsere Euro-Short-Spekulation werden wir verstärken. Wir werden auch die eine oder andere japanische Aktie jetzt wieder aufnehmen und andere Trendwerte aus den USA, die sich von dieser Marktsituation nicht beeindrucken lassen, sondern konstant nach oben laufen. Seien Sie also gespannt auf den neuen Frankfurter Börsenbrief, der morgen auf Ihrem Frühstückstisch liegen wird. Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Lektüre, ein erholsames Wochenende. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Walter Thissen, der Sie kompetent durch die neue Woche führen wird. Ich verabschiede mich. Bis bald, Ihr Bernhard Kinzing. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020